Gespräch über die Einschulung eines Kindes Guten Morgen, ich möchte mein Kind in der Schule anmelden. Guten Morgen, wie alt ist Ihr Kind? Mein Kind ist sechs Jahre alt. Okay, in welche Klasse möchten Sie Ihr Kind einschulen? Ich denke, die erste Klasse ist passend. Das ist in Ordnung. Haben Sie alle notwendigen Unterlagen dabei? Welche Unterlagen brauche ich? Sie benötigen die Geburtsurkunde, den Impfpass und einen Wohnsitznachweis. Ich habe die Geburtsurkunde und den Impfpass, aber den Wohnsitznachweis habe ich noch nicht. Den können Sie später nachreichen. Wann möchten Sie beginnen? Ist nächste Woche möglich? Ja, das ist möglich. Kommen Sie bitte mit dem Wohnsitznachweis zurück. Dann schließen wir die Anmeldung ab. Vielen Dank. Gern geschehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschöne! Vielen Dank.